ja es war nicht anders zu erwarten da ist sie in die beta 7 von ios 16 also wir sind wie schon im letzten video erwähnt im wöchentlichen update rhythmus und nähern uns ganz ganz stark der zielgeraden wir sehen das update war auch nicht besonders groß 250,9 megabyte hat hier die beta 7 quasi auf die rippen gebracht und hatte mir auch ein bisschen den speicher noch mal freigeräumt ich hatte vorher 35,69 und hinterher 39 39 also da wurde irgendwie richtig was freigeschaufelt aber was gibt's neues in der beta 7 wir sind ja wirklich in einem rhythmus wo wir sagen können wir sind fast im august im august der quatsch im september natürlich und im september kommen die neuen iphones das heißt da kommt auch dann ios 16 für alle geräte und ich denke wir bekommen vielleicht noch die nächste woche den release candidate ausgeliefert und dann eine woche oder zwei drauf dann endlich die finale version für alle es könnte aber auch noch eine kleine beta dazwischen liegen man weiß es nicht so genau wenn ich in die einstellungen gehe unter allgemein und info und schaue mir hier die versionsnummer an dann sehen wir dass am ende ein a steht und a heißt meistens schon mal ja so gut wie fertig also dürfte da nicht mehr allzu viel kommen wir warten es einfach mal ab feature mäßig nichts neues da ist jetzt hier nur noch feinschliff überall angesagt was mir aufgefallen ist ich habe bei den notizen einen neuen splash screen gesehen wo noch mal kurz was steht hier schnell notizen auf dem iphone was man leistungsstärkere intelligente ordner und ein passwort weniger merken dass man das eben auch verschlüsseln kann auf dem gerät das ist mir neu aufgefallen ansonsten echt gar nichts was aber leider eine schlechte nachricht ist ist hier oben das mit dem akku zeichen bzw der prozentanzeige im akku denn wie es aussieht wird das nicht für das iphone 10 r das iphone 11 und die ganzen mini modelle kommen sondern lediglich hier für alle anderen und wieso apple dort scheinbar diese unterscheidung trifft ja das ist mir ein rätsel kann ich nicht nachvollziehen aber aktuell sieht es eben so aus dass das nicht für die eben genannten modelle kommen soll ja vielleicht ändert sich das auch noch aber aktueller stand ist nun mal so ganz interessant hat nichts um iphone zu tun ist aber auch das ipad os diesmal später kommt also nicht im september sondern dann wohl erst im oktober wenn neue ipads vorgestellt werden ja keine ahnung wieso aber durchaus erwähnenswert aber ob auch hier die leistungswerte erwähnenswert sind wo wir uns so stark dem ende nähern schauen wir uns mal an ich habe hier den geekbench natürlich laufen lassen wir starten mit dem metal score dem gpu benchmark und da haben wir diese werte 3874 und im vergleich sagt uns das ja ein bisschen besser gute 32 punkte mehr als beim letzten mal und fast so viel wie hier beim vorletzten mal also ja es pendelt sich da so ein bisschen ein und bei der cpu da sieht es folgendermaßen aus das sind die werte der beta 7 921 im single und 22 36 im multi core score auch das ordnen wir mal hier in die historie ein und sehen single bisschen mehr multi bisschen weniger aber insgesamt würde ich mal sagen auf einem guten guten leistungsniveau da hatten wir oft schon deutlich weniger gehabt ein paar mal aber auch etwas mehr ja und viel mehr gibt es schon gar nicht mehr zu berichten das ist ja immer wenn die beta versionen sich dem finalen nähern dann ja gibt es immer weniger zu erzählen von daher höre ich jetzt auch aufzureden und sage vielen dank fürs zusehen beim nächsten mal reden wir wahrscheinlich über den release candidate also die quasi finale version oder die beta 8 mal abwarten ich tippe mal auf release candidate aber bei apple weiß man ja nie also das wäre es gewesen danke fürs zusehen bis zum nächsten mal macht's gut ja 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 Untertitelung des ZDF, 2020